Servus mein Name ist Roachark und ich bin heute auf dem Test Surveo unterwegs. Ich zeige euch die neuen Patch Notes und der neue Held. Leider ist das noch nicht ganz in deutsch übersetzt. Ich zeige euch die neuen Patch Notes und der neue Held. So, ich denke das reicht, dann kommen wir jetzt mal zu den Patch Notes, denn es wird wirklich einiges verändert. So, ich denke das reicht, dann kommen wir jetzt mal zu den Patch Notes und der neue Held. So, das war's. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal.